Herzer, Herzer, ne? Hallöchen. Dann wollen wir mal nochmal ein paar Mädels retten, oder? Spielen wir ein bisschen Zelda nochmal hier. A Link to the Past, nicht wahr? Start bei... Achso, das ist eine gute Frage, ne? Äh, Speicherort, I guess? Achso, ja. Wieso wabern wir so? Okay, cool. Da sind wir wieder, ne? Hoi, da kann man ja was... Warte mal. Aber erstmal den Hammer weg. Na, jetzt hab ich mir die Seite gar nicht aufgemacht, gell? Mach ich gleich mal. So, was gibt's hier Hässliches? Ja, gefährlichen Weg. Kannst jede Hilfe brauchen. Such dir was aus. Hier gibt's ein Schild. Oh nein, ich glaub, es gibt Schildräuber hier wieder. So. Okay. Ein Elixier, sagst du. Muss nebenbei noch kurz was machen, dann bin ich ganz da. Oh, kein Problem. Gar kein Problem. So. Wir schau... Ich schau jetzt schon mal auch dabei nach. Äh, Skelettwald, wer wohl das nächste? Ja, schau an. Ne? Ach, da sind wir ja sogar richtig. Ach, wie lustig. Da müssen wir sowieso hier von hier aus nach oben. Ach, das passt ja dann ganz gut. So, was ist denn das jetzt mit der Biene da eigentlich? Weiß keiner, oder? Weiß nicht. Warte mal. Was... Da war was auch mit Biene. Ähm... Oh, ich bin vermüde heute. Ähm... Ja? Hä? Bienen. Bienen? Die goldene Biene. Achso. Aber wir sind wegen der Biene hier. Achso. Das... Ich hab hier ne normale Biene nur, ne? Na gut. Ähm... Dann kann ich die ja erstmal freilassen, oder? Bin nur kurz da. Aber jetzt... esse ich erstmal. Hallo, Dark. Schön, dich auch zu sehen. Na? Wie geht's dir? So, ich lass die jetzt auch einfach mal frei. Aber die greift ja trotzdem Gegner an. Schau. Hä? Das ist doch auch die goldene Biene, oder nicht? Es ist doch... Ja, schau dir das mal an. Was die abgeht. Ja, das wär's, glaub ich, trotzdem auch gewesen, nicht wahr? Na, ist ja auch wurscht jetzt. Ich... gönn mir das da. Schönen Dank. Mit dem Lebenswechsel... Kannst du deine Lebenskraft erneuern. Ja, ist doch cool, oder? Hab ich mal gemacht. Und... Ja. Aber ich würde mir trotzdem, äh... Aua! Vielleicht mal nochmal ne Biene irgendwann holen. Denk ich. Weil ich hab mal gesehen, dass das sehr hilfreich ist für so ein Mottenvieh. Sag mir nicht, dass wir das jetzt brauchen. Moment mal. Moment mal. Ja. Das ist jetzt der Skelettwald, oder? Oh. Oh, die braucht... Ja, die bräuchte ich jetzt. Ja. Oh ja, das ist toll, ne? Hm. Ich bräuchte jetzt ne Biene. U-Kü. Ein Hüliasee, sagst du? Hm. Ich schau mir das trotzdem mal an, ne? Ja. Ja. So. Hey, Link, was dumm. Kopf. Ach so. Mir geht's nicht so gut. Oh nein. Kein Thema für den Stream. Okay. Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, mir geht's trotzdem irgendwie bald wieder besser. Aber verstehe, ich muss mir ja nicht immer alles erzählen oder so. Ach, schau jetzt an. Aber das tut mir leid zu hören. Wenn was ist, kannst du dich ja melden. Weißt ja, oder? So, dann wollen wir mal... Flöte fliegen. Fliegen. Fly. Fly, fly, flow. Hm, ja. Hier. Das ist doch der Hüliasee hier unten. Nordosten? Die Höhle? Aber das ist ja dann die da. Hä? Okay, hä? Ich guck mal. Ist das nicht die Hülle, die wir schon kennen? Hä? Was? Hm. Ja, das ist doch eine Höhle. Und da ist die Biene auch. Echt? Hier, schau. Hier. Hä? Aha. Ach, wow. Die glitzert ja wirklich. Ach, krass. Ach, so. Ach, so. Du hast eine Biene gefangen. In die Flasche stecken, natürlich. Goldene Biene. Da steht ja wirklich goldene Biene. Ach, so. Hier gibt es die goldene Biene, Leute. Das ist ja ziemlich cool. Ja, schau an. Ja, ach, so. Und hier gibt es die immer. So, so. Ja, ich glaube, die können uns sehr helfen. Ne? Weil der nächste Bossi ist so ein Mottenvieh. Dementsprechend glaube ich, äh... Ja. Ich habe gesehen, dass da jemand eine goldene Biene genutzt hat. Und das finde ich voll cool. Wenn man so bei Bossen was anderes auch nutzen kann. Bisschen wie bei Wind Waker auch. Da geht auch was. Anderes. Um einen Boss zu Bonn hitten. Ist voll lustig eigentlich. So, ich würde gern wieder zurückgehen. Wo ist in meinem Portal jetzt? Ach, wird es auf der Map so nicht angezeigt, oder wie? Okay. So. Bam. Au, ha. Löhle. Hallo. Bitte, bitte. Dieses Damage. Es geht schon wieder los hier, ne? Wahnsinn. So. Wo ist denn jetzt mein Portal? Bist du blöd? Da unten. Oh, oh, Leute. Ich bin voll reingelatscht. Ich habe es gar nicht gesehen. Witzig. So, jetzt sind wir nämlich hier. Und dann geht es scheinbar sowieso nach oben. Ist ja dann ganz praktisch. So, haben wir eine goldene Biene. Finde ich gut. Hoppla. Das da ist der Wahrsager. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Jetzt habe ich ein Elixier und eine Fee. Ich hoffe, das ist okay. Oh, lol. Ach, krass. Schau an. Hey, du Affe. Was habe ich mich denn gerade gehört? Hier müssen wir, glaube ich, rein. So. Und dann sind wir hier. Und hier ist, glaube ich, der Skelettwald. Wow. Es geht schon wieder los. Ich dreh am Rad, was dieser Schaden angeht. In diesem Kack-Game. Werde ich auf ewig hassen. Auf ewig. Wo sind wir? Hier hat sich ja einiges verändert. Ach, schau an. Ist das der Eingang? Sagst du? Das ist ja ein Loch. Hä? Ach, krass. Ja, das ist schon der Dungeon, ehrlich gesagt. Und der hat jetzt mehrere Ein- und Ausgänge in diesem Wald. Was auch voll nervig ist eigentlich. So viel weiß ich schon. Oh, krass. Oh, krass. Was ist das hier für ein Tor? Hier sehe ich doch schon wieder, dass ich eine Bombe brauche. Ich versuche es jetzt erst mal so, ne? Ohne Weg. Karte. Lösung. Bla. Ah ja, das ist schon mal nicht richtig. Oh. Ich kann hier drauf. Dann sind die Löcher weg. Und dann kann ich hier rein. Und es ist da auf. Klingt gut. So. Das kann ich ziehen. Dann wird sich unten das öffnen. Habe ich gesehen. Oh. Ah. Hä? Hä? Ist das schon die große Truhe oder was? Hä? Verschlossen. Ich brauche nur noch den großen Schlüssel. Hä? Krass. Hä? Lol. Okay, ob wir uns das merken können, weiß ich auch nicht. Au. Au. Oh. Oh, die Karte. Ja, gut. Gut. So. Vorsichtig. So, der ist weg. Cool. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Okay. Oh. Und hier geht es halt auch wieder raus. Da brauchen wir überall Schlüssel. Hier geht es wieder raus? Cool. Großes Kilo. Oh Gott, ist das fantastisch, oder Leute? Was sagt ihr dazu? Das macht viel zu viel Schaden. So ein kleiner Schwurbel-Hentai-Busch macht mir 5 Millionen Damage. Es ist der Wahnsinn. Es ist ja der absolute Wahnsinn. Wie viel füllt denn das auf? Wirklich komplett. Hey, das Vieh hat mir Pfeile geklaut. Okay, cool. Das fühlt mich ja wirklich auch schön komplett auf. Ja, und natürlich ist da wieder ein Gegner versteckt im Busch. Klar. Ja, natürlich. Es sieht sehr linear aus. Ich schätze, dass ich... Oh Gott, hierhin muss. Ach, komm. Leckt mich doch am Popelkopf, Johnny. Level 3 Skelettwald. Das ist korrekt. Hi, Mumien. Was? Mumien? Hey, wieso bist du in die Mumien... Äh, wieso ist das in die Statue reingeglitscht gerade? Was ist das denn? Sonntagsfahrer! Echt so? Das sind hier alles Sonntagsfahrer. Hä? Ah ja. War ja klar. Ach Gott, hier. Die Hände. Hey, die hört man ja gar nicht kommen. Oder? Irgendwie hört man die nicht kommen. Was ist hier? Wird sowieso wieder total lustig. Aber ich bin ja, glaube ich, wieder mal nicht so weit weg von Feen. Doch! Ich habe sie gehört. Hier kann ich... Hier kann ich auch wieder raus. Ach... Hä? Also... Oh je, das wird furchtbar. Also jetzt habe ich einen kleinen Schlüssel, aber es gibt so viele Türen. Ey, was ist das? Iiiiih... Bist'n du für eine Aliengeburt? Wahnsinn, das ist ja eine Alienkönigin. Kann ich das so weg machen? Hä? Was muss ich denn da machen? Wahrscheinlich geht es noch nicht. Wahrscheinlich geht es noch nicht, denke ich. Ich schätze, das wird der letzte Eingang hier sein. Wahrscheinlich brauche ich da ein Dungeon-Item oder sowas. Musik ist cool hier. Ich meine, die ist allgemein gut, weißt du, in Link to the Past. Aber wow, das Spiel an sich, Wahnsinn. Dieses Damage geht ins Kack, ne? Das ist leider wirklich am Netflix in dem Game. Sonst wäre es ja cool, weil du stirbst halt so oft. So, ah ja, alle leben wieder. Geil, super. Machen wir direkt so. Gar kein Bock. So. Perfekt. Okay. Okay, Euglies spacken heute wieder rum, cool. Egal. So. So, das kann ich ja schieben. Das bedeutet, das muss ich wahrscheinlich hier rüber schieben. Und dann halt, Link, wenn du nicht dumm bist, äh, wäre der sehr dankbar. Was ist denn mit meinen Augen jetzt? Ich sehe ja nichts mehr. Hallo? Jetzt. Oh, was ist denn jetzt los? Ah ja, wo sind wir hier? Ich mache euch auch alle mal weg. Mein Leben wieder, Wahnsinn. Wenn ich das einfach wieder sehe, das ist grandios. So. Und hier ist was? Hallo? Nix. Drum. Aha. Ich möchte hier rein und hab den großen Schlüssel. Hä? Schon? Oh mein Gott. Setzt es doch nicht ein Link. Bitte. Okay, cool. Jaix. So. Hä? Aber dann haben wir ja schon den großen Schlüssel. Hä? Hä? Kann ich das irgendwie wegmachen auch? Kann ich das zerbomben oder so? Oder was ist das hier? Nö, gut. Keine Ahnung. Dagegen rennen. Ne. Äh, dann gehe ich wieder raus oder was? Ich habe ja schon den großen Schlüssel. Hä? Hä? Aber dann muss ich ja nur zurück, oder nicht? Äh. Oh Gott. Ich muss doch jetzt durch hier wieder hin. Gecko speedrunnt den Dungeon. Echt so? Irgendwie, äh, scheint dem so der Fall zu sein. Was ist denn hier los? Voll krass. Achso, ja. Geh. Geh mit Gott, aber geh. Au. Wow. Es ist so sinnvoll. Einmal so, glaube ich. Dann hier durch. Das ist ja noch offen. Oh. Oh. Hey, ich will das nicht. Geht einfach weg. Ihr Würmlies. Ja. Achso. Ja, und dann habe ich das ja schon. Oh, und dann habe ich den magischen Feuerstab. Er beherrscht rotglühendes Feuer. Hier. Uh, nice. Sehr schön. Ja, aber, hä? Ja, aber, hä? War es das jetzt schon, oder was? Moin, Daniel. Das ist sehr auffällig hier alles. Und das da ist wirklich nix auch, oder? Ja, gut. Dann gehe ich wieder. Schätze ich. Achso. Ja, ich will eigentlich nur wieder gehen. Gibt es hier irgendwo einen Ausgang, oder? Oder ich sterbe einfach. Okay, cool. Ja, natürlich. Alles klar. Schön. Unnötiger Kackehaufen. Mmh. Geil. Nice. Hat die Mumie mir gerade vier abgezockt. Spinnst du eigentlich? Was? Komm, halt doch deinen Baul. Warum macht dieses Spiel so viel Schaden eigentlich, echt? Das macht halt wirklich keinen Spaß, Legit. Wenn das so, das, das Damage viel zu hoch alles. Wahnsinn. Egal. Äh, vielleicht kannst du damit was anzünden. Ja, doch. Ich habe ja auch schon direkt eine Idee. Ist ja das, was ich vorhin meinte, das, äh, wo ich das Item wahrscheinlich brauche. Ich will hier wieder raus jetzt, das erste Mal. War draußen? War hier draußen? Nee. Wo ist denn jetzt draußen auf einmal hin? Oh. Hey, bin ich blöd? Achso, hier wer draußen zum Beispiel? Sonst hätte ich einen Spiegel nutzen können. So, ich bin hier. Cool. Das ist so fantastisch. Geil. Und zwar. Wir haben auf jeden Fall einen Feuerstab. Das ist ziemlich cool. Ich fuckle euch alle ab jetzt. Wahnsinn. Ich würde mal versuchen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Hä? Achso. Hä? Achso. Aha. Dann würde ich jetzt mal... Nee, ist das richtig? Doch, muss hier raus, oder? Boah, Alter. Hey, wieso kann ich den jetzt nicht abfackeln? Vier Herzen. Wahnsinn. Ich versuch mal... Ja, das ist es nämlich. Ha. Hä, wie krass. Ja, es war irgendwie schon sehr auffällig. Es war irgendwie... Ja, Dungeon Item. Nice. Cool. Und jetzt sind wir hier. Oh, ah ja. Ach, jetzt beginnt er wahrscheinlich erst richtig, oder? Wie, hier kann ich nicht durch. Was ist das denn? Oh, was ist denn das für eine Verarsche? Okay. Hä? What the fuck? Hä? Ich sehe ja wieder mal nicht, wo es hingeht. Jetzt sind auch noch irgendwelche Mauern, die... Hey, wieso kann das Ding durch, aber ich nicht? Hey, was ist das denn? Geil. Ich kann mich nicht bewegen, hallo. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ja fantastisch. Ach, ich kann es aufsäbeln. Ich bin auch blöd. Ich hätte einfach mit dem Schwert hin... Tod. Cool, aber jetzt sind wir scheinbar im Haupt-Dungeon. Okay. Shit. Oh, iiii. Iiii, dieser Weg. Iiii. Link, wo bist du? Okay, so. Ich renne da jetzt durch. Da ist nix, schade. Jetzt fackel sie halt einfach ab. Dann muss ich wahrscheinlich hier runterspringen. Hab zwei Schlüssel. Ich muss ja nur irgendwie da... hoch. Moment mal, was? Hä? Moment mal, bin ich blöd? Ich hatte doch schon Schlüssel. Was mach ich da eigentlich? Was mach ich da eigentlich? Hä? Ich hätte ja von Anfang an hier schon reinrennen können, oder? Wow. Ja eben. Hä? Was treibe ich hier? Ich brauch bestimmt noch mehr Schlüssel. Oh, was ist das Hässliches? Ach, das ist ja cool. Danke, du Pisser. Jetzt hat er mich echt raus... Er hat mich einfach geschubst. Ich hätte es ja jetzt gehabt schon. Oh Mann. Nein. Oh Gott. Ey, nur weil er mich jetzt geschubst hat. Voll Pfostenkack da. Bäh. Ich will nicht, dass ihr lebt. Moin, Wolf. Jetzt. Jetzt. Wie kommen wir so richtig? Ich bin schon relativ weit gekommen, glaube ich. Ach, schau an. Was groß ist. Muss ich das anzünden? Weiß ich nicht. Ich mach's einfach mal, schätze ich. Nö. Dann gar nichts. Hä? Ach so. Jetzt. Oder hat doch vielleicht was gebracht. Ich hab voll voll. Das ist so. Oh Gott. Ich hab jetzt schon wieder Schiss. Echt? Ihr müsst alle sterben. Aber Herzen kriege ich auch keine mehr. Scheiße. Muss ich das hier durchschneiden? Schneiden. Ah, okay. Aber so cool, weißt du. Drei Herzen einfach. Voll geil. Komm mal wieder richtig weit. Voll gut. Oh ja. Toll. Oh Mann. Was für ein Scheiß. So. Weg mit den ganzen Zeilen. Ui, das war richtig knapp mit der Hand. Habt ihr gesehen? Oh, ein Schlüssel. Nice. Aber ich hab ja schon so viele. Tschüss. Ich werd sowieso noch mal sterben. Ja. Ist einfach so. Muss ich hier runter plumpsen? Oder? Ich fall einfach mal da runter. Ah ja, tatsächlich. Ich bin ja schon da. Ich bin ja schon beim Boss. Hä? Ich glaub, das bringt nichts. Ach du Scheiße. Und ich hab halt kein... Wow. Los, Biene. Mach was. Die Biene ist ja mega geil. Aber jetzt ist sie weg. Und ich bin tot. Oh nein. Oh nein. Nein, es ist scheiße. Ich hab meine Biene verloren. Ich muss Reset machen, leider. Hä? Aber der Dungeon ist ja dann super simpel. Was ist das denn komisches?